Sie erleben immer wieder Hass. Die Spieler vom jüdischen Verein Makkabi. Das beginnt mit Anfeindungen. Ihr Scheißjuden, euch hat man vergessen zu vergasen. Mitten in Deutschland hetzen muslimische Demonstranten gegen Juden. Auch im Netz wird gegen Juden gehetzt und der Holocaust geleugnet. Soll ich das funktionieren? Sechs Millionen, bitte nicht überfragen. Anfeindungen und Angst im Alltag nehmen immer mehr zu. Soziale Medien und das Internet sind ein Gottesgeschenk für Antisemiten. Frontal. Über Judenhass und Hetze. Noam Petry ist 19 Jahre alt, lebt in Frankfurt und ist Jude. Seitdem er sich gegen Antisemitismus einsetzt, erhält er immer wieder Hassnachrichten. Und wird auf Twitter beschimpft. Die Welt wird von den Zionisten regiert. Der 11. September, das haben auch die Zionisten gemacht. Ekelhafte, dreckige Zionisten. Kommt einmal aus euren Löchern raus. Ich fick eure toten, ekelhaften Zionisten Großeltern. Nicht nur bei Personen, die sich offen als jüdisch identifizieren, sondern auch bei Institutionen oder Diskussionen. Wenn man Hashtag Juden Israel irgendwas eingibt, dann sind solche Tweets ziemlich häufig. Noam Petry spielte sieben Jahre Fußball beim jüdischen Sportverein Makabi. Mit zehn erlebte er das erste Mal Judenhass. Von der gegnerischen Mannschaft. Dann hat der Trainer diesen Spruch eingerufen, also brech den Juden die Beine. Die Spieler haben das aufgenommen, wurden noch aggressiver. Der Schiedsrichter ist nicht eingegriffen. Und das war im Grunde genommen mein erster antisemitischer Vorfall beim Fußball. Makabi! Wer für Makabi antritt, muss mit Übergriffen rechnen. Und die hätten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, sagt der Makabi-Präsident. Das beginnt mit Anfeindungen, mit Buhrufen, mit Beleidigungen. Ihr Scheißjuden, euch hat man vergessen zu vergasen. Bis hin zu Beleidigungen des Schiedsrichters, dann aber Handgreiflichkeiten und Attacken mit Messer. Bei einem Spiel im Mai 2019 eskalierte die Situation. Makabi trat gegen Frankfurt-Griesheim an. Eine Mannschaft mit vielen Muslimen. Gegen Ende des Spiels ist es so aggressiv geworden, dass sich die Polizei um Mithilfe bat, die dann noch mit einem Streifenwagen vorbeikam. Aber als dann nach dem Spiel ein Gerangel bzw. eine Schägerei im Flur, im Gang, der ungekleidet, passiert ist, hat auch die Polizei nochmal zusätzliche Hilfe angefordert. Und dann waren alle sage und schreibe sieben Streifenwagen mit Polizeihunden da, um die Sicherheit, die Heimfahrt aller Spieler zu gewährleisten. Immer häufiger reisen die Fußballer des jüdischen Vereins mit ihrem eigenen Sicherheitsteam an. Doch nicht nur auf dem Fußballplatz erfährt Noam Petry, dessen Urgroßeltern die Konzentrationslager und den Holocaust überlebt haben, zunehmend massive Anfeindungen. Man merkt schon, dass das Klima sich in Deutschland verändert, die Zahlen belegen das. Aber das ist nicht ein deutsches Phänomen, das ist generell in Europa, selbst in Amerika der Fall, dass die Zahlen da überall steigen, Holocaust-Relativierungen wieder im Trend sind und Sprüche einfach wieder gesagt werden, die vor 10, 15, 20 Jahren nicht gesagt worden wären. Wir reisen nach New York zur Anti-Defamation League, gegründet im Jahr 1913. Sie tritt weltweit gegen Diskriminierung von Juden ein. Die Organisation beobachtet einen dramatischen Anstieg an judenfeindlichen Angriffen, auch in den USA. 2021 verzeichnete sie insgesamt 2717 antisemitische Vorfälle in den Vereinigten Staaten. Ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Eine wesentliche Ursache? Die Hetze im Netz. Soziale Medien und das Internet sind ein Gottesgeschenk für Antisemiten, die ihren Hass auf Juden hinter einer angeblich politischen Auseinandersetzung mit Israel verstecken. Sie haben die Möglichkeit, ihre Lügen zu verbreiten, über Facebook, über Twitter, und genau das machen sie. In einer Studie haben sie untersucht, wie antisemitische Verschwörungstheorien im Internet genutzt und verbreitet werden. Jüngstes Beispiel, der Angriff auf die Ukraine. Die Juden werden beschuldigt, den Krieg begonnen zu haben, ihn zu manipulieren oder vom Krieg zu profitieren. Da werden diese ewigen antisemitischen Lügen wiedererweckt, als wenn die Juden hinter den ukrainischen und hinter den russischen Machthabern stecken würden. Der Krieg in der Ukraine. Eine jüdische Verschwörung? Das propagieren auch deutsche Rechtsextremisten auf Telegram. Einer von ihnen nennt sich NWO-Hunter. NWO steht für Neue Weltordnung, hinter der angeblich die Juden stecken. Für NWO-Hunter ist die Ukraine der 13. Stamm Israels. Er schreibt... So präsentiert sich der NWO-Hunter im Netz. In einem seiner Videos zeigt er ein Schreiben der Bundeswehr, die ihn entlassen habe, weil er der Reichsbürgerbewegung angehöre. Auf seinem Kanal schimpft er über die Corona-Politik. Und immer wieder. Juden als Feindbild. Auf Telegram verhöhnt der selbsternannte NWO-Hunter die Opfer des Holocausts. Kann ja das sein, dass wir da so viele Leute von euch vergast haben sollen mit Zyklon B? Was ein Läusebekämpfungsmittel war. Wie soll denn das funktionieren? Sechs Millionen, bitte nicht überfragen. Und er leugnet den Holocaust. Und deswegen wird weiter an diesem Holocaust, der nie stattgefunden hat, an den Juden, sondern nur an den Deutschen, weiter festgehalten. Wir finden heraus, wer der NWO-Hunter ist. Er lebt im Erzgebirge. Wir machen uns auf den Weg zu ihm. Wollen den 43-Jährigen mit den Hassnachrichten konfrontieren, die er verbreitet. Es geht um diese Verhöhnung der Holocaust-Opfer. Für uns ist er nicht zu sprechen, heißt es. Wir hinterlassen unsere Fragen schriftlich. Deutsche Sicherheitsbehörden bekommen die Hetze im Netz nicht in den Griff. Nachfrage bei der Bundesinnenministerin. Oft stehen diese Posts Monate oder noch länger im Netz und gegen die Täter wird kaum ermittelt. Das kann Sie als Innenministerin ja nicht zufriedenstellen, wie es im Moment läuft. Nein, überhaupt nicht. Deswegen war ich ja auch diejenige, die die Gangart gegenüber Telegram verschärft hat. Ich habe mir das auch zum Ziel gemacht, dass wir gegen Hass und Hetze im Netz gerade stärker vorgehen und auch konsequenter löschen. Hass und Hetze gegen Juden. Das findet nicht nur im Netz statt. Hier werden ganz offen Hassparolen skandiert. Eine Demonstration im Berlin Ende April 2022. Jugendliche beschimpfen einen Journalisten. Erden Gövercin ist Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Ein Forum für den Dialog zwischen Staat und Muslimen. Er beobachtet einen zunehmenden Antisemitismus. Immer wenn im Nahen Osten es gewaltsame Auseinandersetzungen gibt, dann wird der Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland sichtbarer. Auf den Straßen in Form von Demonstrationen, in denen halt antisemitische Sprechchöre leider fast schon normal sind. Schon 2021 gibt es solche Bilder. Mitten auf dem Kölner Heumarkt schreien Demonstranten ihren Judenhass unverhohlen heraus. Sie haben die Demo damals beobachtet. Ihre Filmaufnahmen belegen, die Demonstranten feiern den Anführer einer radikal-islamischen Terrororganisation. Ich meine, deutlicher kann man es nicht machen, dass das massiv antisemitisch ist. Es soll der jüdische Staat vernichtet werden. Es sollen die Juden vertrieben oder getötet werden. Und Israel soll Geschichte werden in deren Augen. Und das wird in Deutschland, was ja von sich behauptet, dass Solidarität mit Israel Staatsräson sei, wird geduldet. Und drumherum steht Polizei und bewacht die Demo und greift bei derartigen Dingen nicht ein. Auslöser für die judenfeindlichen Demonstrationen in Köln und anderen deutschen Städten ist der wieder aufgeflammte Nahostkonflikt im Mai 2021. In Israel wie hier in Haifa kommt es damals zu schweren Zusammenstößen zwischen arabischen und jüdischen Israelis. Hunderte Menschen werden verletzt. Jonathan El Khoury hat die Ausschreitungen auf dieser Straße damals miterlebt. Das Ausmaß der Gewalt hat den arabischen Israelis schockiert. Diese Stadt steht für das Zusammenleben in Israel. Sie zeigt auch, dass es eine sehr dünne Linie ist, die überschritten werden kann, wie die Ereignisse im Mai zeigen. Seine Familie musste aus dem Libanon fliehen. Für ihn ist Israel inzwischen Heimat. Gemeinsam mit anderen nicht-jüdischen, ehemaligen Soldaten hat er eine Organisation gegründet. Sie sind in Amerika und Europa unterwegs. Jonathan El Khoury hat auch in Deutschland mit jungen Muslimen über ihren Hass auf Juden gesprochen. Ich habe diesen riesigen Unterschied festgestellt in Schulen mit vielen arabischstämmigen Jugendlichen. Alles, was die Schüler zu Israel sagten, war negativ. Sie sprachen von Apartheid, Rassismus, sagten, die Juden wollten die ganze Welt regieren. An deutschen Schulen spricht er über Israel. Er will dem Antisemitismus etwas entgegensetzen. Wir wollen schon den jungen Schülern eine Idee von Israel und der Vielfalt dort geben. Ja, manchmal haben wir Kämpfe und Streitpunkte, aber wir versuchen sie innerhalb unserer Gemeinden zu lösen. Zurück in Deutschland. Mittlerweile hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden die Ermittlungen gegen NWO-Hunter aufgenommen. Am 3. August durchsuchen Einsatzkräfte der Soko-Rex die Wohnräume des 43-Jährigen. Strafrechtlich reden wir hier von dem Vorwurf der Volksverhetzung. Dies begründet sich daraus, dass dieser sogenannte NWO-Hunter gegen in Deutschland lebende Juden gehetzt hat. Zum Hass, zur Diffamierung dieser Gruppe aufgerufen hat. Die Ermittler haben Computer, Festplatten, Handys und Akten sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden. Zitat Generalstaatsanwaltschaft. Die polizeilichen Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der im Rahmen der Untersuchung sichergestellten Beweismittel, dauern an. Judenhass und Hetze. Noch immer mitten in unserer Gesellschaft. Eine beunruhigende Tendenz. Die Zahl der Angriffe auf jüdische Menschen ist dramatisch gestiegen. 2020 gab es 2351 antisemitisch motivierte Straftaten. 2021 waren es 3027. Eine Steigerung von rund 30%. Hast du schon Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht? Als Betroffener oder Außenstehender? Erzähl uns davon in den Kommentaren. Wie eine Recherche von uns über Neonazis auf Telegram zu einer Razzia in Sachsen führte, siehst du im Beitrag links.